Hallöchen, liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 1. Immer noch bei der Kaltwindbrücke. Und warum bin ich jetzt wieder hier am Anfang? Ganz einfach, wir hatten doch einen Zettel gefunden, wo drin stand, dass wenn man bei der Kaltwindbrücke in einem Raum unter einem Lautsprecher dreimal den Wasserhahn dreht, dann öffnet sich eine Geheimtür. Ja, ich bin nochmal zurückgegangen. Ja, ich habe mir ein Video dazu angeschaut, damit ihr das doch noch mitbekommt. Also hier ist, denkt man sich, hier ist eine Birne, ein paar Münzen, sonst wäre hier eigentlich gar nichts. Aber schaut mal hier her, hier ist jetzt der sogenannte Wasserhahn. Eins, zwei, drei. Und schaut euch das mal an. Ach, ich töte euch doch locker. So, jetzt haben wir ein bisschen Leben kassiert. Ist aber nicht schlimm, aber schaut euch das an. Das ist dieser geheime Raum, wo auf den Zettel beschrieben wurde. Lohnt sich nicht wirklich. Ja, ich habe mich deswegen leider spoilern lassen. Aber dafür mal trotzdem hier das geheime Fächer noch hier von dem geheimen Raum. Ist doch super, da habe ich euch doch das noch zeigen können. Naja, wenn ich selber gut drauf gekommen wäre, hätte ich das auch einfach gefunden. Wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Und ich betone, ich bat und bin da blind echt extrem blind gewesen. Naja, kann das zerstören. Aus Frust hat jetzt dieses Brett hier zu leiden. So, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg, auf die Aufgabe wieder hin. Wo wir jetzt schon mal da waren. So, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg, auf den Weg, auf den Weg, auf den Weg, auf den Weg. Okay, dass der jetzt da lang geht, ist schlecht. Jetzt müssen wir halt warten. So, den nehmen wir mal ganz kurz hier raus. Kollege, du darfst hier in einer frischen Luftschleiter schlafen. Viel Spaß damit. Was ist hier? Das ist ein Fahrstuhl, glaube ich, oder sowas. Aber mit dem kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Da, stört mich jetzt ein Wirbel. Es wäre jetzt halt gut, wenn ich den einen Tröterrichter kriegen würde. Den da hier. Nee, wenn ich jetzt da hinspringen würde, würde der mich sehen oder der da unten. Ich gehe mal hier weiter. Ich glaube, das ist ein Fensterscheib, da könnte ich jetzt nicht einspringen, glaube ich. Scheiße. Das war knapper als knapp. Ich gehe mal hier. Ah. Nah. Ah, das müsste ich aufschlagen Okay, das hat keiner gehört, hoffe ich Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Daran habe ich nie gezweifelt Nein, nein, nein! Wurde die Leiche zwar entdeckt, äh, die bewusstlos entdeckt Ach, die hier Ja, scheiße Ja, schieß ruhig Aua Du kannst mich doch gar nicht sehen Die schmeißen trotzdem Steine in die Richtung So 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 Ich werde dich finden, du Echsenfinch. Hm. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ja, das... Steck die Waffe weg und verschwinde, bevor wir meine Männer auf den Hals hinsen. Ich werde dich finden. Hat der gerade die Frau umgebracht? Du bringst einfach eine Frau um? Okay, die ist nicht tot. Ja, okay, jetzt wäre sie klinisch tot, weil sie sich den Kopf da angeschlagen hat. Aber wegen dieser kleinen Bediensteten hier, die so komisch da sind, die soll ruhig so dauern. Und das soll ruhig eine peinliche Pose für sie sein. Stel dich nicht dran, aufhören. Wo bist du? Oh, schrecklich. Meine Hände langweilen sie dich schon. Zeig dich! Wir wissen beide, dass dein Schreckling bist. werden wir schon sehen, wer hier schlau ist und wer hier nicht. Na komm her, ich habe nichts mehr zum Heim, verdammte Hacke, das war blöd, naja, dafür haben wir wenigstens jetzt mal ein Gemälde bekommen und jetzt dürfte aber auch hier keiner mehr sein, hoffe ich. Der Professor wird sich freuen, weil die ihre Sachen, die in seine Sachen zerbastelt haben, da. Ich schau mal erstmal hier runter, ob da noch was ist. Wartet mal, Herzchenlein, da oben ist die Rune, da ist nichts. Okay, habe ich mich aber trotzdem hier umschauen. Komisch, ach Misti, hätte ich mich auch reinschleichen können. Okay, wäre auch ein Eingangsbereich gewesen. Aber ich brüchte was zum Essen oder sowas, damit ich wieder zu Kräften komme. Jetzt müsste ich eigentlich in Ruhe hier rumrennen können, ohne dass da sich wieder einer angegriffen fühlt. Ja, ich habe leider hier das ganze gute Essen weggefuttert. Ich schaue mich trotzdem hier nochmal um. Oh, die Leichen haben sich da ein bisschen satt gegeben. So, die Frage, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ich glaube, hier oben komme ich irgendwie weiter. Da komme ich mich auch über diesen Alarmbereich durch. So, jetzt sind die Dinger wenigstens ausgeschaltet. Oh, ich hätte gerne eher was zum Essen. Und die Frage, wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, doch alles aufzublocken. Oh, da hat er mich. Letzter Speichepunkt starten. Aber jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert, wenn wir es richtig machen. Okay. Hm. Das war knapper als knapp. Ja, das wollen wir jetzt nicht lesen. Ja, das wollen wir jetzt. Ja, das wollen wir jetzt. Ich war nicht nachts wach, uns zu sehen, dass die Ratte ihren Käfig entkommen war und in meiner Wohnung frei herumlief. Ich brauchte eine bessere gesicherte Käfig, eine unterhaltsame Ablenkung, aber eine Verschwendung meiner kostbaren Zeit. Auch die Futterversuche erbrachten überraschende Resultate. Die pandesianische Bullenratte ist kein wählerischer Esser, das kann ich mit Gewissheit sagen. Ich habe gesehen, wie mein Gast sich an anderen kleineren Ratten, Katzen und selbst den in Wernhafen gefundenen Körper einer Frau, die an der Seuche starb, gütlicht hat. Weitere Studien sind angezeigt oder angesetzt. Okay. Uh, Betäubungspfeile. Das ist natürlich, das ist natürlich spitze. Irgendwo ist ja diese, das Herz, das ist hier oben. Aber wie komme ich an das, an das ran? Wahrscheinlich, wenn ich weiter nach oben gehe. Oh, mit sehr wenig Leben, das ist nicht schön. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Test Subjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristisch... So, jetzt muss ich nur die eine Wache da noch ausschalten. Ja, toll. So, der stört uns jetzt gerade mal nicht mehr. Man hat mal verstanden, dass ich ja irgendwo noch was finde. Ja, bitte. Ja, stimmt ja, das sind ja noch die zwei. Oh, was? Das war's. Geht's doch nicht. Scheibenkleister. Ja, deine Mutter auch. So, Freunde. Zum Gritz geht's hier ein Autosave auch noch. Ich spare ich jetzt auch noch mal ab. So, meine Freunde, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dishonored. Und keine Sorge, wir schaffen das schon, den Professor hier den Doktor wegzubringen. Tschüss.